ARD Text im Auftrag von Funk Alter! Wo zum Fick kommst du jetzt her? Beruhig? Wo sind meine Seelen? Okay Wo komm ich hier hoch? Der Typ ist doch ein bisschen zu krass, oder? Also in 10 Stunden, okay Jetzt mal ohne Witz, ist der Typ nicht ein bisschen zu krass? Verdammt, ich wollte ihn von hinten snacken Ups, ich hab die falsche Taste gedrückt Oh, ich hab keine... Oh, ich hab kein Leben mehr Oh, fuck you Frisst der Schaden, wenn er durch Feuer läuft oder so? Oh Gott Äh, ich bin weg Oh, ich sterbe hier Ja Na? Ah, Digga Ich... Der Typ ist krank, man Auf sich Feuerpuder Schade Ah Leck mich Okay Okay Oh, okay Jess Donate Oh, ich hab ihn gekillt, Diggi. Jo, gute Nacht, Alter. Gute Nacht, Jimmy. Digga, ist sie. Ich hab ein Schwert dafür. Kann ich nicht ziehen? Ah, ne. Schade. Okay, irgendwie hat es mir nichts gebracht, ihn zu killen. Kann das sein? Schade, ich dachte irgendwie, das bringt irgendwas. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Was kommt denn der Boss? Kann man langsam auftauchen. Dauert mir zu lang. Okay, da sind zwei von denen. Keine Ahnung, die Seelen einsetzen, oder nicht? Was weiß ich? Ich spiel Dark Souls neu. Ich hab absolut keine Ahnung, was ich mach. Weiß ich nicht. Wieso nicht? Okay, ich ignoie euch einfach mal. Na, auf, damit. Ja, von mir aus. Oh Gott. Das Stück Scheiße, was kommst du hier hoch? Die 6.000 Seelen sind weg, Digga. Das Stück Scheiße, was kommst du hier hoch? Wie heißt die Tümmen? Das sieht für mich aus wie ein Bossraum. Habe ich von Sword Art Online gelernt. Oh Gott, ich werde sterben. Was kommt denn der? Er hat mich da abgeschossen. Ist der da oben oder was? Wurenzone, Alter. Gibt es irgendwas? Gibt es irgendwas? Okay. Ich habe nicht mal ein fucking Estus. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nur meine Seelen. Danach geh ich wieder. Kann ich wieder verlassen? Oh shit, ich kann nicht verlassen. Okay, docker. Let's come on camp. Ah fuck, ich wollte gerade dodgen. Oh, leck mich am Arsch, Digga. Hey Monkey, wir haben neun Stunden Smite gezockt, das reicht. Jetzt ein bisschen Dark Souls. Leck mich da allein. Nein! Hm, jo, kein Problem Monkey. Ich wünsche dir gute Nacht, Alter. Gute Nacht. Schlaf schön. So. Schlaf schön. Schlaf schön. Schlaf schön. Holy shit! Uh oh! Nein! Ich bin nicht gestoppt! Ich bin nicht gestoppt! Komm schon, komm schon, komm schon! What the fuck, man? Ah! Ah, Digga, das ist schon möglich auf jeden Fall. Okay, Leute. Das war's, Alter. Oh, halb fünf haben wir schon. Leck mich, Alter. Ich hab auf jeden Fall irgendwie... Irgendwie kam es mir schon vor, als hätte ich wenig damage gemacht. Oder ist das normal? Ist normal, oder? Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch!